Und wir sind wieder da. Ich habe euch ja versprochen, ich lasse euch nicht lange alleine. So, mal gucken, dass wir hier das scheiß Teil hier schnell ausschalten können. Ja, das Biest lässt uns auch nicht lange alleine. Es scheint zu riechen, wo wir uns gerade befinden auf der Station. Ja, feines Hündchen. Ja, hol das Stöckchen. Ja, aber so dicht verfolgt, glaube ich. Also, ich weiß nicht. Das ist ja... Eigentlich hieß es mal, das Elgien taucht irgendwie durch Zufall auf oder so. Aber das ist ja gerade nicht wahr. Das ist ja Tüdelkram. Ja, flammende Hörf. Und da ist das auch schon wieder. Ach jo, lange nicht mehr gesehen, ne? Ja, komm doch ruhig hier rein. Vielleicht ist hier irgendwas Besonderes. Ne? Schade. Vielleicht kriegt hier Amanda Ripley rum. Wer weiß. Ach ja, wollen wir hier duschen, oder was? Ach ja. Ja, hallo. Ach, Mensch. Mensch, wir haben uns zwar lange nicht mehr getroffen. Och. Wie die Jahre vergehen. So, apropos Jahre. Wir scheinen da. Es muss irgendwo in diesem Raum hier sein. Ja, ich muss nur meinen alten Bekantinus werden. Ja, komm ruhig nochmal hierher. Wenn du lange Weile hast, ruhig nochmal um den Spind herum. Irgendwann findest du noch deinen Umkleideraum. Ja, so sieht's aus, ne? Ah, ja. Ob der Schacht da vorne jetzt frei ist? Ah, es geht auch nicht. Nein, ist er nicht. Ja, jetzt lass mal gucken. Ach ja, jetzt müssen wir da hin. Genau. Zum schlafenden Syntheten. Ähm. Oh. Wer ist das denn? Ich fang die Schnauze voll von mir an. Blödes Liststück. So. Mal für ein paar Minuten Ruhe. Ach, wer scheiße. Ja, wir spawnen doch genau richtig. Nein, nein, nein. Er springt jedes Mal bei Ableben wieder zurück. Zum Speicherpunkt. Nervigerweise. Das hatte mir auch einer mal in die Kommentare geschrieben. Das ist, äh, ja. Nicht gerade glorreich gemacht, irgendwie. Aber gut. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Warum nichts? So, ja, genau. Mal für ein Moment. Scheint das Alien ein bisschen deaktiviert worden zu sein. Ich kann mir auch schon denken, warum. So. Nee. Oh, oh, oh. Ich hab zu früh gelobt. Ich hab zu früh gelobt. Genau. Das Alien zu loben ist keine gute Idee. So. Mal gucken. Bewegt sich nicht. So. Mal schauen. Ungültige Datei. Aha. Sieht ja schon mal vielversprechend aus, ne? Ach, das Alien wird auch angelockt. Ah, da hinten. Was macht das jetzt? Ich glaube, es ist wieder nach oben geklettert. Gute Idee. Auch nicht? Hallo? Hallo? Ich glaube, es ist wieder nach oben. Oh, da ist er ja schon wieder. So, aber kann man gegen den gar nichts machen, oder was ist das? Hm. Der geht ja einen auf den Sack. Der ist aber bald schlimmer als das Alien. Aber vorher kann man ihn auch nicht bekämpfen, bevor er aktiviert worden ist. Okay. Okay. So. Wartungscheckauftrage im Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. Ah, das hatten wir vorhin nicht gehört. Ein Wartungs-Android ist unterwegs. Ein Wartungs-Alien ist auch unterwegs. Ein Wartungs-Alien ist unterwegs. Ein Wartungs-Alien ist unterwegs. Ein Wartungs-Alien ist unterwegs. Das war das Aufzug gestanden, ein Replay. Ich hab's. Wir sind unterwegs Richtung dem sogenannten Projekt KG 348. So halten Sie Bescheid, wenn Sie angekommen sind. Erstmal hier ein bisschen in Sicherheit gehen. Okay. Aber ich verlasse dieses Areal nicht. Nicht ohne zu speichern. Das sehe ich gar nicht an. Okay. 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 Hm. Mal gucken, da habe ich wieder so einen langen Weg vor mir oder was? Das ist doch eben gerade nach oben verschwunden. Okay. Skipsacker. Okay. 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 bin ich ja nicht gekommen Scheint ein neues Areal zu sein Ja, hoch oder runter? Runter wahrscheinlich Na ja, ich will jetzt mal nach oben gucken Hier scheint das sowieso nicht weiter zu zippen So, wollen wir mal gucken Nimm mal bitte den Geräuschemacher weg Danke! Das können wir jetzt gar nicht gebrauchen Oh ne, aber ich... Ja, man kann von den Objekten auch nicht zu viel bauen IMP, das bringt sowieso nichts gegen Hier habe ich... Oh ja, ich könnte eigentlich Ne, ne, das ist so ein bisschen begrenzt Ist das, ja Dass man da auch ja nicht zu viel von baut, ne Ne, da muss ich auf jeden Fall nach unten Man wäre ja gar nicht schlecht gewesen, wenn das Alien Wenigstens mal ab und zu pausiert, ne Damit das noch... Nicht zu viele Logikfehler bekommt das Spiel Aber... Oh! Das sieht ja spannend hier aus So gut Kann sie da was machen? Sieht nicht so aus, ne Hm Aha Das ist doch wieder ein hochspannendes Areal hier Was ist das? Kann man hier noch was machen? Bin Musik Das ist doch wieder Musik Die Untertitelung des ZDF, 2020